Die ist doch zu stimmen, doch da hinten. Da landet gerade jemand auf der Piste 3.1. Das ist ja wahrscheinlich unser Kollege vom vorhin. Genau. Unser Kollege landet. Nice. Nee, oder? Mit der Nase voraus. Was ist das für eine Landung? Du grüne Scheisse. Nee, nee, das wird nichts. Das wird nichts, mein Lieber. Go around. Okay. Was macht er? Tatsächlich ist er auf der Nase gelandet. So kann man es auch machen. Wir tacksen hier zum Gate number 3. Oder Nummer 2? Ja, nehmen wir ihm die Nummer 2. Vielleicht sieht man den Nase Rock fast nicht vor lauter Dunst in der Ferne. Und ganz schwach. Okay. Nee. Wir machen oder Lunst in der Ferne. Dann funktioniert es für uns. Hier live je nicht verbaute Angst. Nicht. exclusiv? Ja. Ich kann. Wie muss ich da parkieren, frage ich mich, so, ah ja genau so, in die Richtung, ups, ne ihr mein Lieber, gut, 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 gut Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Ah, jetzt sieht man doch drin, da ist doch noch etwas. So, ich danke allen fürs Zuschauen und vielleicht werde ich später noch den Rückflug nach Sydney antreten. Und eventuell sieht man sich später noch. Bye, bye. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the name have been changed. Only the name. The story you are about to hear is true. The story you are about to hear is true. The story you are about to hear is true. The story you are about to hear is true. The story you are about to hear is true. Bis zum nächsten Mal.